Rippbomben So und dort der am Stein Ok, meinetwegen So, komm, auf nach oben So, komm, auf nach oben So, komm, auf nach oben So, komm Ja, du hast doch keine Chance gegen uns Oder doch Da sind wir gestorben Ich weiß jetzt nicht warum, aber wir sind gestorben Ich hoffe wir haben das Wild noch Und das Wild wäre wichtig Gott sei Dank, das haben wir noch Ok, dann Hören wir jetzt auf mit den Spielereien hier Oh, da gehen wir vielleicht nicht hin Den können wir uns später irgendwann mal holen Holen Mir wäre jetzt eigentlich bloß wichtig, dass wir noch so ein Wildschwein kriegen Andalier doch mal durch das Ohr da drüben Du verscheuchst mir das Wild Wenn hier überhaupt noch eins rumrennt Moment, zieht's ja nicht da noch raus Moment, zieht's ja nicht da noch raus Moment, zieht's ja nicht da noch raus Was machst du da? Ja, ja, ja Ah Wie Fleisch Mit weiteren Zutaten Kräuter und Gewürze, ok Defekte? Nein, nein, alles gut Bis morgens Bis morgens Denn wir brauchen Wildschweine und ich glaube nachts sind die irgendwie weg Wo sind die Wildschweine? Wo sind die Wildschweine? Irgendwo muss doch hier eins rumlaufen noch Kann doch nicht sein, dass wir jetzt keins mehr finden Ist das da hinten eins? Ist das da hinten eins? Ist das da hinten eins? Egal Egal Ich finde keine Wildschweine mehr, das gibt's nicht Doch Doch, da ist gleich eins, oder? Ach ne, das ist er wieder Ich will jetzt nicht unbedingt noch hier stundenlang rumlaufen Aber Ich will schon noch ein viertes Wildschwein eigentlich Falls wir nämlich Wollen wir nämlich Das Kochen nachher versauen Stehen wir ein bisschen blöde da Mit dem zweiten hätten wir auf jeden Fall ein Backup Egal Ich bin einfach Beste Dich 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 was liegt denn hier rum warum nicht zu kommen alter ich werde doch jetzt irgendwo noch so ein wildschwein finden so schwer kann das jetzt auch nicht sein sind wirklich alle verjagt ich würde das mal nicht glauben weit und breit kein wildschwein wie noch was aber wildschweine ich glaube das reicht jetzt auch mal oder also langsam wird es öde guck mal hier haben wir noch kisten das wasser tut bestimmt nicht so gut okay wir sterben da drin ich weiß es nicht so was haben wir denn jetzt für optionen wir können kochen das auf jeden fall kann ich nicht einfach hier hinreißen ich kann da natürlich nicht hinreißen heißt müssen wir hier hin es geht einfach nicht anders und dann müssen wir natürlich den ganzen weg wieder laufen das ist noch ein bisschen ätzend ich hätte jetzt echt gerne deponer äh eponer zumindest dass wir ein bisschen schneller sind oder dass es hier mehr von den plattformen gibt weil das gibt es ja auch nicht die ganzen weg wieder laufen ist halt so nervig aber wenn ich richtig liege müssten wir eigentlich hier hintenrum auch dahin kommen oder der sieht mich doch keine 50 meter so hier wollen wir auch noch nicht oder drücken wir sind lager ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 wenn ich auf die Nerven. So ist fein. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon einmal das Wild. Jetzt fragen wir ihn einfach nochmal, was wir nochmal dazu brauchen. Jetzt wird aber so oft, das sind Pilze. Pilze sind mir egal. Die brauche ich nämlich nicht. Aber was genau brauche ich? Okay, warte mal, warte mal. So, jetzt kommt das Wichtige. Zwei der Zutaten waren Wild und Chili. Pilzpflanze noch Geflügel. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Eichel ist. Wir müssen es probieren. Plus Chili. Honig. Ich weiß es nicht. Wir versuchen es einfach. Das ist wahrscheinlich eh falsch. Ich laufe doch jetzt nicht schon wieder dahin. Es sei denn, ich kann mich irgendwie hin warpen oder sowas. Aber dazu bräuchte ich hier einen Punkt. Oder halt einen Turm. Den ich aber nicht habe. Wieso kann ich mich eigentlich nicht hier hin beamen? Ich muss es doch auch einen Punkt geben. Das wäre nämlich sehr gut. Wenn wir einfach hier rauskommen könnten. Dann hast du die Herausforderung bestanden und die Zeichen der Bewährung erhalten. Ich will ja die komischen Schreine besuchen. Aber dazu muss ich ins in den Schnee. Und in den Schnee kann ich einfach nicht. Ist das lästig. Ich muss mir glaube ich echt überlegen, was ich da kochen muss. Sollte ich vielleicht besser lesen. Und so, das ist ja alles kein Problem. Aber ich will eigentlich nur einen Teleportationspunkt. Den ich nicht kriege. Und ich weiß nicht warum. Deswegen muss ich den Weg jedes Mal wieder laufen. Und der Weg dauert einfach ewig. Aber auch hier jagen. Ich weiß es nicht. Das ist doch der Wald, oder? Ich glaube schon, dass das der Wald ist. Ja, das ist der Wald. Okay, er ist näher als ich dachte. So, jetzt heißt es erstmal wieder Wildschweine suchen. Denn ohne die gibt es kein Essen. macht er hier einen Lärm. Das bringt mich alles nicht weiter. Ja. D overst celebre葉. Also. Und wir direkt. Genau.